So, der Schutzgeist. Es ist egal, was ich mache. Ist doch gut, kannst dich doch jetzt heilen, du hast gehalten, aber... Oh, so. Damit levelst du sogar noch. Was anderes bleibt mir ja nicht übrig, egal was ich mache. Also, ich werde verletzt. So. So, damit ich da nicht nochmal dauerstaufen muss. Das sieht mir doch ganz stark nach einer Falle aus. Ich muss jetzt mal Feuer, 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 Feuer. Feuerblitz. Das war eigentlich ganz gut. Die alten Nord waren ein wildes Volk, aber sie haben einige bemerkenswerte Krypten und Teppler. Ah, die Lösung steht wieder hier oben. Also, Skaby macht sich das einfach mit den Lösungen. Das finde ich ja echt nicht schlecht. Skaby zeigt mir seine eigenen Lösungen. Hierfür brauche ich nicht mein Handbuch. Ja, fertig. Ich habe hier... Ich habe da. Ich habe... Da. Ehrlich jetzt, was soll denn der Scheiß? Ich habe das Gefühl, das Spiel möchte mich verarschen. So, jetzt so vielleicht. Meine Güte. Das hat sich ständig verstellt hier. Das Spiel wollte mich wirklich verarschen. Ich dachte, es sei höchste Zeit, dass ich wieder zu euch stoße. Na, läuft es auch durch die Falle hier. Was ist, wenn ich jetzt hier draufgehe? Ja, ich mag es durch Löcher zu werden. So. Hier ist ein Alchemie-Tisch. Lässt du mich mal vorbei? Wer schreit denn hier, Mädchen? Hier rennen aber auch alle durch die Falle. Allesamt. So, die komischen Pilzen mich auch mit. Kann man bestimmt gut essen. Und einmal raus hier. Ach du Scheiße, wo geht es denn da lang? Das sieht mir sehr gruselig aus. Ähm, ehrlich gesagt, ich auch nicht. Weil da bräuchte ich mal Unterstützung. Quatsch doch einfach mal weniger. So. Äh, Zaubertränke. Tarnung. Da war doch irgendwas mit Gift. Giftresistenz. Gifttrank. Äh, geringe Ausdauer, Regeneration, Heilung. Wo ist denn das alles? Hm. Also, ich suche noch auf jeden Fall den Zaubertrank Gift. Regeneration, Heilung. Zaubertrank der Zerstörung. Ich wollte ihn nicht trinken. Ach, egal. Ähm. Dass ich das denn bekommen habe, bin ich eher Rentner. So. Man kann doch mal still stehen. Gut. Versiegungsformeln hat er auch. Und eine Leiche hat er auch auf dem Tisch. Warum, frage ich mich. Mittealterliche Schere. Sehr geschichtsträchtig. Ich wette, diese Wände könnten Erstaunliches erzählen. Aber speichern wäre von Vorteil. Man steht mir doch nicht mal in den Weg rum. Und Rollschede. Erstmal alles mitnehmen, was geht hier. Das sieht irgendwie total cool aus. Ich muss hier rein. Ich habe irgendeine Formel. Vielleicht bei den Schriftrollen. Bei... Jetzt bin ich gerade mal überlegen, wie das jetzt war. Ich muss da hin. Chlor. Unten drunter kann ich auch nicht kriechen. Ist auch schon mal nicht gut. Was mache ich jetzt aber weiter? Was könnte dies für ein Ort sein? Ich habe keine Ahnung. Das ist erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Der Erzmagier muss sofort informiert werden. Das muss er mit eigenen Augen sehen. Ich wage es nicht, das hier unbeaufsichtigt zu lassen. Könnt ihr zur Akademie zurückkehren und Savos Ahren von dieser Entdeckung unterrichten? Bitte beeilt euch. Okay, damit hat sich das mit der Kugel ja erledigt. Wo muss ich hin? Wahrscheinlich hier lang? Speichern, weil ich hatte ja gerade schon mal das neue Mission. Okay, da unten geht es weiter. Also, für irgendwelche ungebetenen Gäste habe ich keine Zeit. Was ist das denn? Wort der Macht gelernt. Ah, gut, dass ich auch mal anhalte zwischendurch. Ich habe ein Wort der Macht gelernt. Das heißt, setz dich. Is. Schlaf. Oh. Apropos Essen. Ich esse auch gerade nebenbei. Die Überreste von Nadine. Was? Bion. Ahnung? Du bist das, was mir übrig gelassen hat? Das sind wieder zu machen. Hm. Entschuldigung, Menschenfleisch. Oh. Oh. Das ist echt so. Hm. Hm, nee. Wo muss ich hin? hin. Akademie, da kann ich aber hinreißen, mal gucken. Im Moment funktioniert ja alles.